Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Trading auf Wolken 7 mit Martin Görsch, so wie gewohnt. Und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLets. So schnell ist ein Monat wieder vorbei. Normalerweise würde ich jetzt weinen, aber in dem Fall freue ich mich, dass wir das Webinar wieder mit Martin hier haben. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, müssen wir kurz einmal den Risikoinweis besprechen, denn auch für immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig vom heutigen Inhalt und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, gut. Also, lieber Martin, ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, hallo. So, dann auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen heute hier zum Webinar mal wieder Ichimoku Kinko Hiu Trendhandel auf Wolke 7. Wir werden wieder ein paar Analysen machen, werden uns wieder ein paar Märkte anschauen. Wir haben es ja so gestaltet in der letzten Zeit, dass wir hier immer mal wieder Trades eröffnet haben. Das heißt, in den letzten Webinaren immer die Setups, die interessant waren. Da habe ich Orders reingelegt. Wir verfolgen diese Positionen immer so ein bisschen. Das werden wir heute auch wieder machen. Ich werde einen Überblick bringen über die Positionen, die geschlossen sind und über das, was noch offen ist. Und dann werden wir eben sehen, was sich heute wieder ergeben hat an neuen Positionen. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen was zu zeigen. Vielen Dank an Nelson für die nette Einführung. Den Risikohinweis, den hat er quasi schon erledigt. Ich möchte hier noch kurz die Offenlegung zeigen. Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in den einen oder anderen Wert, den wir hier besprechen, Positionen halte oder zumindest plane, Positionen aufzubauen. Zum Teil laufen ja auch Trades schon. Dementsprechend bitte immer beachten. Ja, da könnte ein Interessenkonflikt zustande kommen. Also ich könnte davon profitieren, wenn Sie in der gleichen Richtung Trades aufbauen. Ja, und dann auch noch mal ganz kurz die Analysen, die ich hier mache, die ersetzen keine Anlageberatung. Ja, und sind bitte auch nicht als Kaufen, Verkaufen oder Haltenempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte zu verstehen. Gut, dann mache ich mal meine Cam auch wieder aus, damit wir mehr Platz haben für den Bildschirm, für die Bildschirmübertragung. Ich möchte jetzt gar nicht mehr eingehen auf den Ichimoku an sich. So wird das gleich die ganze Zeit aussehen. Wer da nicht Bescheid weiß oder sich nicht auskennt, den bitte ich im YouTube-Kanal von FX Flat auf die ersten ein, zwei Folgen dieser Serie zu schauen. Da wird das alles ganz genau erklärt. Ich will noch einmal ganz kurz hinweisen auf diesen RSL-Indikator, den ich sehr, sehr gerne verwende, den wir auch heute wieder hier anschauen werden. Das ist die relative Stärke nach Lewy. Ganz kurz erklärt, ja, da wird im Prinzip nur der letzte Wochenschlusskurs ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittlichen Wochenschlusskurs der letzten 27 Wochen. Das heißt, des letzten halben Jahres als Standardeinstellung. Und genau so verwende ich das Ganze auch. Okay, falls Fragen sind, das Fragenfeld ist geöffnet. Ich habe da einen Blick drauf. Dann gerne die Fragen direkt in den Chat stellen. Ich werde das dann auch entsprechend beantworten. Ich sehe, es sind relativ viele Teilnehmer heute. Von daher nicht böse sein, wenn ich nicht auf alle Fragen eingehen kann. Aber das, was relevant ist, das werde ich auf jeden Fall hier entsprechend auch beantworten. Okay, ich möchte anfangen mit einem kleinen Überblick über die Märkte, so wie wir das immer machen. Dazu schauen wir uns am Ende die großen Indizes an. Die großen US-Indizes wohlgemerkt, weil die sind für mich tatsächlich richtungsgebend. Das ist das, was so den Markt bestimmt. Sie sehen das auch. Ich schaue also auch auf die einzelnen Sektoren. Die sind für mich auch immer interessant, zu schauen, was sind die stärksten Sektoren und was sind die schwächsten im Moment. Am stärksten sind momentan der ganze Bereich Energie und der ganze Bereich Finanzen. Das sehen wir hier ganz einfach am RSL-Indikator. Ich vergrößere das mal kurz. Da sehen wir, Energy liegt bei einem RSL von 1,22. Financials liegen bei 1,19. Das ist relativ deutlich, wie die momentan vorne sind. Das sind dann auch typischerweise die Werte, in denen wir Long-Positionen suchen oder die Sektoren, aus denen wir Long-Positionen suchen. Materials sieht auch noch ganz gut aus mit 1,16. Und so ein bisschen abgeschlagen ist im Moment hier Technologie und Utilities. Die sind relativ schwach. Und eventuelle Short-Setups würden wir dann auch hier umsetzen wollen. Und man sieht es auch schon heute hier an der Tagesperformance. Wir haben im Technologiesektor hier im Moment eine Tagesperformance von minus 1,2 Prozent, während fast alle anderen Sektoren grün sind. Und das fällt natürlich hier auch auf, der S&P, der ist plus minus 0. Wenn wir uns hier unten den Dow anschauen, der ist 0,8 Prozent im Plus und der Nasdaq ist 1,4 Prozent im Minus. Und das läuft also jetzt schon seit vielen Tagen so, dass Dow Jones und S&P den Nasdaq deutlich outperformen. Also was wir hier sehen im Moment ist eine eisenharte Branchenrotation. Es wird viel Geld aus den Technologiewerten rausgezogen. Das geht aber nicht aus dem Markt. Das heißt, das geht jetzt nicht irgendwo in Sicherheitswährungen, sage ich mal, wie irgendwelche sicheren Anlagen wie Anleihen oder vermeintlich sichere Geschichten wie Gold oder einen japanischen Yen oder einen Schweizer Franken. Was sonst immer gerne genommen wird, so als sicherer Hafen, das passiert nicht, sondern diese Gelder, die aus dem High Growth und Technologiesektor rausgehen, die gehen im Moment eben in die Bereiche Energie, Real Estate, Financials. Also das Geld wird quasi umgeschichtet. Ja, das ist das, was wir hier am Markt sehen. Und wenn wir uns jetzt die Analyse mal kurz anschauen, dann werden wir es jetzt die ganze Zeit so haben, dass wir hier unten den Wochenchart drin haben. Oben haben wir den Tageschart drin. Die Indikatoren, die hier eingeblendet sind, sind auch die einzigen, die wir hier benutzen in dieser ganzen Session. Das ist der Ichimoku-Indikator immer im oberen Feld. Und hier unten, da läuft der Görsch-Trend. Das ist mein eigener Trendindikator. Den benutze ich immer nochmal zusätzlich als Filter, ob ich irgendwo eine Position aufbauen möchte oder nicht. Das, was wir hier sehen, auf den ersten Blick, wenn wir uns schon mal mit Ichimoku beschäftigt haben, ist S&P 500 im Wochenchart ganz klar aufwärts gerichtet, im Tageschart ganz klar aufwärts gerichtet. Alle Signale, die wir aus dem Ichimoku bekommen können, laufen ganz, ganz deutlich in die Long-Richtung. Und das ist der Vorteil, den wir im Moment haben. Das ist die Richtung, die wir traden wollen. Ja, und wir sehen es auch am Görsch-Trend. Das Momentum ist da, sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart ist das Momentum da, nimmt hier sogar schon wieder zu, die Trendstärke. Wir sind ganz klar grün. Im Weekly, die letzte rote Phase, die wir hier hatten, war tatsächlich während dieses Corona-Crash Ende März, Anfang April im letzten Jahr. Und seitdem sind wir hier ziemlich klar die ganze Zeit aufwärts gerichtet. Ja, und im Tageschart sieht es ähnlich aus. Da hatten wir Ende letzten Jahres hier einen größeren Rücksetzer, der als ABC-Bewegung gelaufen ist. Da ist der Görsch-Trend in den negativen Bereich gegangen. Da sind wir dann auch unter die Wolke ausgebrochen. Das ist nicht besonders bullisch, haben das aber relativ schnell alles wieder zurückgeholt und sehen auch, dass wir ganz schnell hier wieder in den intakten Aufwärtstrend gedreht haben. Und seitdem laufen wir hier in Sequenzen ganz normal, Impulsbewegung rauf, Korrekturbewegung runter. So läuft das die ganze Zeit hier. Aber wir sehen auf dem Tageschart sind wir hier nicht einmal in den negativen Trendbereich vom Görsch-Trend-Indikator gekommen. Und dementsprechend ist das eben die Trade-Richtung, die wir hier nehmen wollen. Ja, wenn wir auf den Dow Jones gucken, da ist das Ganze noch deutlicher. Da sehen wir auch über die letzten Tage, wie extrem der gerade outperformt hier. Aber im Groben, das Bild ist das Gleiche. Ja, wir sind sowohl in den Trend-Indikatoren als auch im Ichimoku bei allen Signalen, die wir hier kriegen können, ganz klar aufwärtsgerichtet. Jetzt wird es interessant. Schauen wir auf den Nasdaq. Wie sieht es da aus? Da sieht es nicht mehr ganz so toll aus. Hier haben wir die ersten negativen Anzeichen auch aus dem Ichimoku-Indikator. Wir sind also heute hier mit dem Kurs sowohl unter die rote als auch unter die violette Linie gebrochen. Sollte der Close heute schwach bleiben, also falls wir nicht gegen Ende des Tages wieder einen großen Teil der Verluste aufholen können und vielleicht am nächsten Tag das auch noch weiter fortsetzen, werden wir auch hier eine negative Kreuzung dieser beiden Mittelwertslinien hier bekommen. Der Roten und der Violetten. Auch das wäre negativ, wenn die Rote die Violette von oben nach unten schneidet. Also hier kriegen wir erste Achtungssignale. Übergeordnet sieht es alles noch so aus. Trendindikator ist positiv. Ja, Trendindikator auf Wochensicht ist positiv. Auf Wochensicht ist sowieso das gesamte Bild noch bullisch. Ja, ich vergrößere das mal kurz. Das erkennt man dann hier auch gut, wenn man sich die letzten Sequenzen anschaut. Ich hole mal kurz mein Zeichentool hier mit rein. Ja, wenn wir uns hier die letzten Sequenzen anschauen, die hier gelaufen sind. Ja, das ist im Prinzip die grobe große Wochensequenz. Da sind wir ja tatsächlich vom Trend her erst innerhalb eines Trendbruches unterwegs, wenn wir die 12.220 Punkte Marke hier nach unten durchschreiten. Ja, vor vier Wochen haben wir, als wir die letzte Session hatten, haben wir schon damit gerechnet, dass das hier oben schwierig wird. Da hatte ich also dieses Widerstandslevel hier auch angezeichnet. Ja, und da haben wir schon die Gefahr gesehen, eventuell hier mit einer Korrekturbewegung auf dieses alte Hoch, auf diese beiden alten Hochs hier aufzusetzen, so im Bereich 13.300 Punkte. Das war im ersten Anlauf hier noch nicht passiert. Aber das, was wir jetzt hier sehen und was auch nicht besonders schön ist für das übergeordnete Bild, ist, dass wir hier so einen Doppeltop drin haben. Wir haben das letzte Tief hier unterschritten. Das heißt, damit ist im Prinzip dieses Doppeltop kurzfristig bestätigt worden. Und das, was jetzt läuft, ist auch nicht gerade schön. Ja, wir kommen von hier, haben hier nochmal versucht, über dieses Hoch drüber zu gehen, haben es nicht geschafft. Hier hat die Abwärtssequenz begonnen. Und jetzt haben wir einen Rücksetzer gesehen, im Prinzip einfach nur nochmal an dieses alte Widerstandslevel, an dieses alte Tief. Und jetzt laufen wir Gefahr, hier nach unten auszubrechen. Ja, sollten wir nach unten ausbrechen, dann haben wir erstmal bei 13.300 hier ein Support-Level. Das kommt, wie gesagt, von den alten Hochs. Wir haben hier in diesem Bereich, wo die Wolke anfängt, ja, in diesem gesamten Wolkensegment haben wir eine Unterstützung. Die Wolke dient immer als Unterstützung. Und das Letzte, was wir hier so an Support-Level noch bieten können, das wäre dann im Prinzip dieses Kauf-Level hier um 12.8 bis 12.9. Wenn das alles nicht hält, dann finden wir uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit relativ schnell hier unten wieder bei 12.2 bis 12.3. Ja, das sehe ich noch nicht. Also so weit ist es noch nicht. Die Bullen versuchen hier im Moment noch alles zu halten. Aber wenn man sich die Einzelcharts anschaut aus dem Nasdaq, die einzelnen 100 Aktien, die da drin sind, dann werden wir sehen, dass da viele Aktien bei sind, die auf dem Wochenchart gerade aus einer Bearflag ausbrechen. Also wir haben sehr viele extrem schwache Werte im Nasdaq drin. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wobei man jetzt auch sehen muss, die sind schon sehr weit gefallen. Die ganz schwachen Werte aus dem Nasdaq sind schon sehr weit gefallen. Die sind teilweise 40, 50 Prozent unter den Hochs. Und da ist auch nicht mehr so viel Luft nach unten. Also wir werden sehen, wie sich das Ganze weiter fortsetzt. Das, was positiv ist im Moment für den Gesamtmarkt, ist, dass wir insgesamt steigende Indizes sehen. Das heißt, das Geld, was in den schwachen Aktien abfließt, das wird nicht aus dem Markt genommen, sondern das wird schlicht umverteilt. Und es wäre schön zu sehen, wenn diese Rallye wieder an Breite gewinnt. Und an Breite gewinnt meine ich zum Beispiel, dass auch ein Russell 2000, den wir hier sehen, der also im Prinzip seit fast Anfang des Jahres hier seitwärts läuft, dass der auch mal wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Wir sehen auf dem Wochenchart hier, wie eng diese Range ist, in der wir uns bewegen die letzten Wochen. Da ist nicht wirklich viel Bewegung drin. Nochmal zur Erinnerung, ja, Russell 2000 sind so die 2000 kleinsten Werte, Börsen gelistet in Amerika. Und die kriegen im Moment wenig Liebe. Da wird nicht viel gekauft. Wir sehen das auch schön hier am Trendindikator. Der kommt hier immer weiter nach unten. Hat noch nicht negativ gedreht, aber kommt immer weiter nach unten. Man sieht ganz klar, das Momentum geht hier raus. Und das, was uns im Moment hier interessiert, ist übergeordnet so ein bisschen dieses Bild hier. Ja, und da müssen wir jetzt abwarten erst mal, ob wir hier einen Breakout kriegen. Wir haben, wenn wir nochmal hier unten diesen Bereich anlaufen, haben wir den Support aus der Wolke hier. Das ist sehr positiv. Wenn wir nach oben rauslaufen sollten, dann haben wir erst mal hier oben nicht mehr so viel, was noch im Weg steht. Wir haben dieses Verkaufslevel hier. Ja, das wird die erste kleine Hürde. Die halte ich aber gar nicht für so groß, weil das ist nicht so besonders stark. Das, was viel stärker ist, ist nachher das, was hier oben drüber liegt. Ja, das kann man auch ein bisschen verkleinern noch. Ein bisschen genauer timen. Ja, dann liegen wir hier ungefähr in diesem Bereich. 2.350 Punkte. Das ist nochmal Widerstand. Aber wenn wir endgültig hier oben drüber gehen, über die 2.350, 2.370, dann nimmt diese Rallye wieder an Breit zu. Dann werden auch die kleineren Werte wieder mit Käufen bedient. Und dann könnte das Ganze noch eine ganze Weile weiterlaufen. Wir sind also ein bisschen im Moment an so einem Entscheidungslevel. Kippen, Russell und Nasdaq deutlich weiter nach unten. Dann wird sich das irgendwann auch auf die anderen Werte mit übertragen. Und die werden abverkauft werden. Und dann kommen wir deutlicher zurück. Oder schaffen Nasdaq und Russell das da noch wieder aufzuholen. Und nachher auch in die Party mit einzugreifen. Und dann haben wir wieder Platz nach oben. Ja, also das ist im Moment das größte Problem das größte Problem oder die größte Schwierigkeit, die wir hier am Markt haben. Der Peter hat hier schon gefragt, könnten sich da die anderen Indizes anschließen in Richtung Sommer? Ja, aber wie gesagt, eben in beide Richtungen. Es könnten sich die schwächeren Indizes Richtung der stärkeren anschließen. Wir haben aber auch immer die Gefahr, dass die stärkeren sich Richtung der schwächeren entwickeln könnten. Aber früher oder später wird es da wieder eine Anpassung geben. Wir werden halt einfach sehen müssen, in welche Richtung. Wenn man sowas mal ganz genau vergleichen will, dann kann man das ganz gut machen, indem man hier einfach mal den, ich gehe mal auf den Daily, zeigt das Ganze als Linien-Chart. Nehmen wir kurz den Ichimoku hier raus, dass wir ein bisschen Platz haben. Und jetzt vergleichen wir das Ganze mal direkt mit dem Dow Jones. Ja, und dann sehen wir über die letzte Zeit hier im Prinzip, seit Ende April, wie das anfängt auseinander zu driften. Ja, Nasdaq immer schwächer und Dow Jones am Ende immer stärker. Ja, das ist ungewöhnlich. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben das oft, dass der eine stärker ist als der andere. Hier hat der Nasdaq ordentlich den Dow Jones outperformed. Also da war dann einfach die Volatilität höher. Ich zeige das hier nochmal kurz. Ja, hier ist der Nasdaq gestiegen und der Dow ist gestiegen. Aber die Volatilität im Nasdaq war eben höher. Genauso dann auch wieder auf der Abwärtsseite. Das ist auch typisch. Ja, da ist dann der Nasdaq deutlich stärker gefallen als der Dow. Ja, und von da an haben wir dann hier die nächste Phase nochmal, wo Nasdaq steigt. Da ist der Dow auch wieder gestiegen, aber eben weniger stark. Also alles normal, alles okay. Und jetzt sind wir in diese komische Phase gekommen, wo der Dow deutlich nach oben läuft und der Nasdaq läuft nach unten. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, die werden sich wieder angleichen. Die Frage ist eben nur, ja, kippt der hier nach unten oder kommt der hier nach oben? Ja, das werden wir sehen. Und das kann man einfach im Vorfeld ganz, ganz schwer nur abschätzen. Da müssen wir abwarten. Da gucken wir, was wir für Signale kriegen. Und entsprechend setzen wir das Ganze dann um. Wir schauen einfach mal auf die Positionen, die hier in der letzten Woche geschlossen worden sind oder in den letzten Wochen. Wir haben ja mehrere Wochen zwischen diesem und dem letzten Termin liegen gehabt. Das war einmal die Long-Position auf Wells Fargo, die noch offen war beim letzten Mal. Die hat sich sehr schön weiterentwickelt. Richtung Ziel ist hier oben bei 46,40 ungefähr aus dem Markt rausgegangen am Ziellevel mit ungefähr 1100 Dollar Gewinn. Dann hatten wir die Activision Blizzard sehr ärgerlich. Die war schon recht weit in den Zielbereich gelaufen, aber ich konnte hier charttechnisch nicht viel mehr machen, als dieses Level absichern. Da sind wir mit den Zahlen hier ganz, ganz ungünstig ausgestoppt worden bei 87,70 ungefähr. Konnten hier noch etwas über 500 Dollar auf der Long-Seite mitnehmen. Regions Financial, da hatten wir eine Kauforder beim letzten Mal. Die lag ungefähr hier an diesem Level. Anfang April hatten wir unseren Termin. Da wollten wir gerne die RF kaufen, wenn sie über 21,53 geht. Das ist nicht passiert. Wir waren hier einmal kurz davor. Hier lag das Hoch bei 21,50 Dollar. Danach ist die Aktie deutlich abverkauft worden. Da habe ich die Order dann aus dem Markt genommen, weil ich möchte dann hier an diesem alten Level keine Long-Position mehr aufbauen, weil das ja überhaupt nicht mehr aktuell ist, weil das die Situation überhaupt nicht mehr widerspiegelt. Zum anderen hätte der Stopp deutlich vergrößert werden müssen. Das sind halt Dinge, die ich nicht mache. Das mag ich nicht. Ich gebe so einer Order durchaus ein paar Tage Zeit, gefüllt zu werden. Mich hätte das auch nicht gestört, nach dieser Seitwärts-Range hier nach oben eingestoppt zu werden. Aber dadurch, dass wir die Range erstmal nach unten verlassen haben und im Prinzip auch die gesamte Unterstützungszone, nämlich die Wolke hier bis nach unten getestet haben, hier waren dann Earnings, ist die Order gelöscht worden. Und wir haben jetzt hier keine Position. Auch wenn die normalerweise echt schön gelaufen wäre und wir hier schon deutlich im Gewinn gewesen wären, aber hatte sich halt nicht ergeben und dementsprechend ist die Order rausgenommen worden. Herbert Laboratory hatten wir eine Position, eine Long-Position noch beim letzten Mal. Die ist hier leider im Verlust ausgestoppt worden. Da konnte ich nach diesem Gap, was sich hier entwickelt hat und diesem starken Moment, um was sich nach oben bewegt hat, den Stop minimal nachziehen hier auf den Bereich 119. Da ist dann die Aktie hier ausgestoppt worden. Bei 119 sah auch alles nicht besonders positiv aus. Wir sind hier nach unten aus der Wolke ausgebrochen. Mein Trendindikator hat hier schon negativ gedreht. Also da bin ich nicht traurig, dass wir aus der Position raus sind. Kleiner Loss gehört mit dazu. Und die Pfizer hatten wir auch noch offen beim letzten Mal. Die haben wir sogar beim letzten Mal erst eröffnet. Da hatten wir hier das Signal Ausbruch aus der Wolke und haben dann beim Ausbruch über diese Tageskerze hier an der Stelle bei 36,84 eine Long-Position gekauft mit einem recht engen Stopp hier unterm letzten Tief. Das war so eine kleine Seitwärtsrange, so eine Seitwärtskonsolidierung an einem wichtigen Level, nämlich an diesem alten Widerstandslevel hier drüben, an den alten Tiefs, mag ich sehr gerne. Solche Konsolidierungen an einem wichtigen Level unter, wir sehen es hier, ganz, ganz geringem Volumen. Finde ich immer toll. Und dann die Ausbrüche zu sehen zur Oberseite, sowas nehme ich gerne mit. Dementsprechend war hier die Einstiegsorder bei 36,86. Das Ziel für den Trade lag an diesem Tief bei 39,86, also 3 Dollar pro Aktie. Wir hatten hier 300 Aktien getradet und die dann entsprechend hier oben am Zielbereich mitgenommen. Das waren dann nochmal so um die 900 Dollar. Jetzt sind zwei Positionen noch offen, die auch beim letzten Mal schon offen waren. Das eine ist die CSX Corporation. Da hatten wir beim letzten Mal schon eine Planänderung drin, hatten das ursprüngliche Ziel, was hier lag bei 95,30 ungefähr, das ursprüngliche Ziel aus dem Markt genommen und angefangen die Position per Trailing Stop zu managen. Und jetzt im Moment liegt der Stop hier ein bisschen deutlicher unter diesem letzten Tief. Die Aktie macht gerade nochmal richtig Druck nach oben, gefällt mir extrem gut, weil es eben für diesen Bereich, in dem CSX ist, ein eher etwas schwächeres Marktumfeld ist und trotzdem sehen wir hier stark steigende Kurse. Aber wir haben schon einen sehr, sehr großen Gewinn hier auf der Uhr im Vergleich zu dem, was wir an Risiko nehmen, wir nehmen ja hier so immer zwischen 300 und maximal 500 Dollar Risiko auf der Unterseite, haben wir hier jetzt schon einen wirklich großen Gewinn, ein Vielfaches von unserem Ursprungsrisiko und dementsprechend würde ich hier jetzt auch noch ein bisschen aggressiver noch mit dem Stop hinterher gehen, ziehe den hier auf 101,50 unter die letzten drei Tage. Und das mache ich ganz gerne, kann ich vielleicht dann auch gleich mal kurz hier zeigen. Das ist ein Stop Management, was ich gerne benutze, wenn ich fahrtechnisch nicht mehr wirklich was machen kann. Und zwar ziehe ich, wenn ich im Zielbereich bin oder auch schon über das Ziel hinaus bin und ich möchte eigentlich gerne aus der Position raus, will den aber so lange wie möglich auch die Chance geben, noch weiter zu steigen, dann, die beiden brauchen wir nicht, dann ziehe ich sehr gerne einfach am 3er-Donken hinterher, das heißt an dem tiefsten Tief der letzten drei Tage. Und das ist, achso, jetzt habe ich vergessen, den auf 3 zu stellen, das mache ich mal noch, der steht hier noch auf 14, den stellen wir hier auf 3 Tage und lassen den auch mal ein bisschen dicker anzeigen. So, okay, ja, und dann sehen wir, der steht jetzt hier im Moment bei 100,97, weil der nur auf die abgeschlossenen Tage schaut. Das ist 1, 2, 3, also der Stop müsste jetzt bei 100,97 stehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier heute nicht bis nach unten drehen. Morgen steht er dann am Tief dieser Kerze, das ist 101,57, da stehen wir jetzt genau richtig bei 101,52 und dann werde ich den sukzessive hinterherziehen und wenn der Markt dann irgendwann dreht, dann sind wir eben aus der Position raus. Ein bisschen mehr Raum lasse ich hier noch bei der Alphabet. Die ist auch schon ziemlich gut im Gewinn, da sind wir 1.300 Euro im Moment vorne. Da waren wir beim letzten Mal noch mit dem Stop hier unter diesem Korrekturlevel. Jetzt hat die Aktie hier das nächste Korrekturlevel ausgebildet, ist dann mit den Earnings hier deutlich nach oben gegangen. Die waren extrem gut im Übrigen, ja, also ganz, ganz tolle Quartalszahlen hier von Google. Und jetzt kommen wir hier so ein bisschen nach unten und laufen auch so langsam in den ersten Abwärtstrend. Wenn wir hier unter die 2.250 gehen, dann laufen wir in den ersten Abwärtstrend. Wenn man eng abstoppt, dann kann man hier schon abstoppen bei 2.250. Ich möchte aber eigentlich gerne diese gesamte Korrekturphase, die hier drin ist, die möchte ich gerne abdecken und deswegen liegt der Stop noch unter dieser Tageskerze hier vom 6. April. Und da lasse ich den auch liegen, bis wir hier oben über 23.75 gehen. Dann würde ich an dieses Zwischentief hier schon hinterher gehen. Den Donk hier nehme ich mal wieder raus. Den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. So, ja, dann ist das Ganze wieder ein bisschen sauberer. Okay, also das sind die Werte, die zum einen raus sind und die noch offen sind. Wir haben also noch zwei Positionen offen und jetzt schauen wir mal, ob wir was Schönes finden, was wir hier heute mit reinnehmen können. Es waren schon ein paar tolle Breakouts heute, habe ich schon gesehen. Aber wir möchten ja gerne hier Positionen reinnehmen während des laufenden Webinars. Wir haben ein Short-Setup hier in der Micron und das gefällt mir ganz gut. Ja, wir sind zwar im Weekly hier noch relativ klar aufwärts gerichtet, haben aber schon diese rote Linie, zeige ich mal kurz hier, haben diese rote Linie schon nach unten durchbrochen und sind jetzt auch dabei, hier in dieser laufenden Abwärtssequenz auf dem Wochenchart eventuell sogar einen neuen Trend aufzubauen, indem wir diesen alten Aufwärtstrend hier brechen. Und dann sind wir hier wirklich in einem Abwärtstrend drin und mir gefällt das deswegen ganz gut, weil die letzten Hochs hier weit weg liegen. Ja, wir haben hier bei 64,80 hoch und wir haben hier bei 74,80 hoch. Das sind zwei Zielbereiche, die man hier nehmen könnte und da ist relativ viel Weg noch zurückzulegen. Auf dem Tageschart sehen wir hier ganz deutlich schon den Trend. Jetzt sind wir hier heute wieder dynamisch aus der Wolke ausgebrochen und sind schon unter dieses Tief gegangen. Normalerweise hätte ich gerne an diesem Tief hier den Breakout gekauft bei 82. Wir haben noch mal die Möglichkeit, hier unten bei 80,50 den Break zu nehmen. Das ist aber alles schon ein bisschen weit weg. Vielleicht kriegen wir ein kleines Retracement und können hier im Bereich des Retracements verkaufen. Ich will mal kurz schauen. Wenn wir hier verkaufen, den Stop hier oben drüber setzen, dann haben wir bis zum ersten Zielbereich, hier um 74, haben wir ein CAV von 1,7 ungefähr. Wenn wir das jetzt direkt verkaufen würden, dann haben wir hier im Prinzip immer noch ein 1,5. Könnten wir machen. Also da nehmen wir mal kurz unseren Ruler, wenn wir jetzt hier in die Short-Position einsteigen, direkt in die fallenden Kurse. Ich mache das nicht so gerne, weil die schon wirklich weit gelaufen ist, hier die Bewegung. Aber damit wir einfach mal ein kleines Short-Setup im Markt haben, da haben wir hier 5 Dollar Risiko pro Aktie. Da würden wir also auf eine Positionsgröße von 60 Aktien kommen. Dann liegen wir bei unseren 300 Dollar. Viel mehr würde ich auf der Short-Seite hier nicht nehmen wollen an Risk. Das sind 6 Prozent. Und dann können wir hier so bis zum Ziel so ungefähr 440, 450 Dollar verdienen. Und das machen wir einfach mal. Das ist nämlich die einzige Aktie, die ich im Moment hier shorten würde. Ja, 60 Stück haben wir hier jetzt aufgebaut und setzen den Stopp hier oben drüber. Na, komm her. So, als Kauf Stopp 60 Stück. Okay, also da haben wir jetzt eine Short-Position aufgebaut in der Micron. Schauen wir uns kurz den Rest noch an. Ja, weil es sind einige Short-Setups, die hier im Moment auftauchen. Und ich bin auch nur deswegen bereit, hier eine Short-Position zu nehmen, obwohl der Gesamtmarkt insgesamt noch eher aufwärtsgerichtet ist, weil halt die Technologiewerte so schwach sind. Ja, und das fällt halt auch sofort auf, wenn wir hier schauen in den Main-Sektor von den Short-Setups, die hier aufgetaucht sind, und heute und auch gestern, dann sehen wir Technologie, Technologie, ja, hier ist Services, Technologie, Technologie. Gehen wir auf die anderen Signale, Chico Cross, Technologie, Semiconductor, Technologie, Semiconductor. Hier, was haben wir hier, Technologie, 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 Technologie. Es sind unheimlich viele Short-Setups auch hier heute wieder, die im Bereich Technologie entstehen. Und das ist halt ganz einfach ein Zeichen für eine absolute Sektorschwäche. Wir haben ja vorhin gesagt, ja, das ist dieser Technologie-Sektor hier. Den gucken wir uns noch mal kurz als Kerzen-Chart an. Ja, im Tages-Chart ist der ganze Sektor inzwischen abwärtsgerichtet. Wir haben hier auch dieses Doppeltop, wie wir es im Nasdaq gesehen haben. Ja, schönes Doppeltop hier drin. Der Görsch-Trend ist in den Negativbereich gedreht. Wir haben ein Retracement gesehen, genau an dieses alte Tief. Wenn wir uns also jetzt hier nur mal schnell die Abwärtssequenz anschauen. Dann haben wir hier mit dem Doppelhoch gestartet, haben hier die erste Momentum-Bewegung gesehen, haben hier das Retracement gesehen und laufen jetzt Gefahr, diese Bewegung hier nach unten weiter fortzusetzen. Und weshalb mir das hier so gut gefällt, ist, wir haben nichts anderes gemacht, als dieses alte Tief hier noch mal zu testen in dem Rücklauf. Und das ist auch genau das Kurslevel hier von dem alten Hoch. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich hier, um die 140 Punkte im Technologiesektor vom S&P. Und entsprechend bin ich bereit, hier schon mal aggressiv in den Short reinzugehen. Ja, das ist dann typischerweise so, wenn der Gesamtmarkt schwach wird, dann werden diese Werte noch stärker abverkauft. Und das sollte dann auch ein ganz guter Hedge sein für Long-Positionen, die wir hier eventuell noch aufbauen. Okay, schauen wir mal auf die restlichen Setups. Die gefallen mir hier alle nicht so gut. Ja, wir sind hier überall in relativ starken Unterstützungsbereichen. Ja, das zeige ich mal kurz. Ja, hier, das ist ein starker Support-Bereich, an dem wir uns befinden. Da ist halt einfach nicht mehr viel Platz bis zum Support-Bereich. Da möchte ich hier nicht mehr shorten. Dementsprechend kommt das nicht in Frage. Skyworks ganz ähnlich. Ja, hier unten, die letzten Tiefs ist Support. Man sieht es schön auf dem Wochenchart. Ja, dieses alte Hoch, die alten Tiefs hier, das ist alles Support. Da ist nicht mehr viel Platz. Wir sind hier auch übergeordnet. Im Prinzip überall noch relativ bullish. Ja, Restaurantsektor würde ich hier im Moment sowieso nicht shorten. Es könnte ein Reopening Play auch sein. Chipotle, Mexican Grill. Die haben sich gut gehalten in der Krise durch die Online-Lieferdienste. Ja, das sehen wir ja auch hier am Wochenverlauf, extrem gestiegen. Wir kommen hier von 420 Dollar und sind im Hoch auf 1500, fast 1600 Dollar gelaufen. Also insgesamt eine sehr, sehr starke Aktie, auch fundamental extrem stark. Die möchte ich nicht shorten. Dementsprechend fällt das auch aus. Synopsis, haben wir das gleiche Problem wie bei den anderen Werten. Wir sind hier am Unterstützungslevel. Ist nichts, wo ich eine Short-Position aufbauen möchte. Ähnlich sieht es bei der Salesforce aus. Ja, schöner Kaufbereich hier unten. Dieses ganze Level hier ist Kaufbereich. Das passt einfach nicht mehr vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, und entsprechend kommen diese Trades dann für mich auch nicht in Frage. Gut, gucken wir auf der Long-Seite. Da haben wir hier eine Fox, die gefällt mir sehr, sehr gut. Noch besser ist eigentlich die A. Die ist hier schon ausgebrochen nach oben über die letzten Hochs. Also das sieht am Ende noch ein bisschen schöner aus. Aber wir kriegen hier jetzt noch das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, wir haben bei beiden das gleiche Problem. Und das, was so ein bisschen ungünstig ist hier, ist diese alte Verkaufszone, die an dem alten Tief hier liegt. Das ist etwas ungünstig, weil das ist ein starker Widerstandsbereich. Aber mir gefällt es ganz gut, dass wir hier Earnings hatten. Am 6. Mai, glaube ich, hatte die Fox Earnings. Da schaue ich mal kurz bei mir auf die Liste. Genau, ja, wir hatten am 5. Mai hatten wir hier Earnings mit einer EPS-Überraschung von 50%. Das heißt, es ist 50% mehr verdient worden pro Aktie, als die Analysten erwartet hatten. Das ist ein deutlicher Beat. Und wir sind auf dem Weekly hier ganz klar in Long-Richtung unterwegs. Das letzte Retracement hat hier nicht das letzte Tief rausgenommen. Ja, und jetzt sind wir dabei, hier wieder so eine neue Aufwärtssequenz aufzubauen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, einzige Wermutstropfen ist diese Verkaufszone. Die halte ich aber nicht für so stark, dass die uns wieder unter das Tief hier drücken wird. Ja, ich denke, wir werden hier eine Reaktion sehen. Sehen wir ja auch heute schon. Wir werden hier schon vom Hoch wieder so ein bisschen abverkauft. Und das Hoch, wenn wir uns das angucken, liegt ziemlich genau am unteren Ende dieser Verkaufszone. Ich vergrößere das mal. Dann zeichne ich die mal hier ein als Widerstand. Ja, das ist diese Verkaufszone. Wenn wir den dort hier noch mit reinnehmen, dann sind wir heute da genau reingelaufen und werden hier auch erst mal abgewiesen. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber wenn wir das Tageshoch von heute jetzt nochmal rausnehmen, Gersh-Trend ist hier auch wieder positiv, wird auch wenn die Kerze deutlich grün schließt, wieder höher liegen als am Vortag. Das heißt, das wäre hier noch eine Möglichkeit, Trade aufzubauen. Jetzt müssen wir einmal kurz schauen, wie es hier um das Chance-Risiko-Verhältnis steht. Wenn wir hier kaufen und unseren Stop hier unten hinpacken, dann sind wir hier bei einem 1 zu 1. Ist nicht so sexy. Das gefällt mir nicht so gut. Wir können im Prinzip im ersten Schritt nur damit rechnen, dass dieser alte Widerstandsbereich hier nochmal getestet wird. Das hier ist Verkaufsbereich. Die Verkaufsbewegung, die hier gefolgt ist, die war sehr dynamisch. Das ist also ein starker Widerstandsbereich. Und der fängt hier schon an. Da sind wir schon am Anfang des Widerstandsbereichs, bräuchten hier einen relativ großen Stopp für das, was wir verdienen können. Ich nehme es mal auf die Watchlist. Aber ich möchte den hier erstmal nicht umsetzen. Mal schauen, wie das Ganze hier aussieht. Vielleicht, wenn wir das in einer Korrektur nehmen, in der Fox A. Da sind wir mit einem 1 zu 1 hier. Da werden wir hier mit einem 1,2, 1,3 zu 1. Ist auch nicht so viel besser. Also den lassen wir erstmal vorbeiziehen. Da gehen wir erstmal nicht rein. Was haben wir hier? VNO. Ich hole mal den Wochenchart wieder mit rein. Wir sind hier noch in der Wolke auf dem Weekly. Finde ich nicht so toll. Aber wir haben hier oben die Widerstandslevel. Da sind wir schon einmal gescheitert. Direkt hier am Verkaufslevel. Schauen Sie sich das an. Wenn wir hier oben reingelaufen sind, in diesen Verkaufsbereich. Hier sofort abgewiesen, schön abverkauft. Nicht so ideal. CME Group gefällt mir gut. Die gefällt mir gut. Die hat ein schönes Momentum hier drin. CME, wann hatten wir hier Earnings? Am 28. April. Das heißt, seit den Earnings sind wir hier ein bisschen aufwärts gerichtet. Hatten so eine kleine Korrekturzone. Aus der sind wir heute dynamisch ausgebrochen. Hier sind die alten Hochs. Ja, über den Hochs erstmal gescheitert an diesem alten Bereich hier. Und wenn wir jetzt den Break sehen, hier über die, meinetwegen 210, über diese Hochs drüber. Dann haben wir eine gute Chance, hier deutlich neue Hochs zu machen. Und da würde ich die Ziele jetzt dann auch am Wochenchart suchen. Und da liegen wir am Wochenchart hier bei 224. Das Tief hier, das liegt bei 200. Wenn wir 210 kaufen, dann haben wir 10 Dollar Risiko mit 14 Dollar, die wir verdienen können. Das ist ein 1,4. Das finde ich total in Ordnung. Ja, also legen wir noch eine Order rein. Für die CME 210 bis 200 sind 10 Dollar. Wir sind übergeordnet aufwärts gerichtet. Ja, aber wir haben diesen starken Abverkauf hier auf dem Weekly. Wollen wir die Risiken nicht zu groß gestalten, dann nehmen wir auch nur ein 10er Lot. Also 10 Aktien bei 210. Kauf Stop 10 Stück. Und die werden wir dann verknüpfen hier mit einer Stop Order bei 200. Und das Ganze verbinden wir jetzt hier. Also wenn die hier oben ausgeführt wird, dann wird die hier unten scharf geschaltet. Ja, damit wir nicht für den Fall, dass die Aktie jetzt hier runterkommt, dass wir dann nicht hier bei 200 eine Short-Position aufbauen, das hätte ich nicht so gern. Okay, Xerox haben wir ein Long Setup, gefällt mir nicht. Da sind wir hier noch mitten in der Widerstandswolke auf dem Wochenchart. Finde ich nicht so ideal. Packer, wow, Packer gefällt mir gut. Ist auch ein toller Bereich gerade. Wir sind auch hier, wenn wir uns das mal anschauen, aus einem Keil ausgebrochen heute. Ja, das ist so eine typische Keil-Formation. Schöner, dynamischer Ausbruch zur Oberseite. Traden können wir es allerdings nicht, weil der Stop hier sehr, sehr groß ist. Mir wäre dieses Stop-Level bis zu dem letzten Tief hier, das ist mir zu groß. Die Bewegung gefällt mir extrem gut. Die Branche gefällt mir sehr gut im Moment für diese ganze Recovery-Geschichte, die hier läuft. Also Reopening-Trades. Aber das Setup passt einfach nicht vom Chance-Risiko-Verhältnis und von daher lassen wir die auch vorbeiziehen. Kimberly-Clark gefällt mir überhaupt nicht, ist hier choppy, seitwärts, will ich nichts mit zu tun haben. Regenerin gefällt mir schon deutlich besser. Ist im Weekly noch im intakten Abwärtstrend. Abwärtstrend ist auch noch mitten in der Wolke. Fällt deswegen für die Setups, die wir hier traden wollen, weg. Aber insgesamt gefällt mir das gut als Bodenbildungsphase, als eventuellen neuen dynamischen Aufwärtstrend, der hier beginnt. Ist auch noch ein ganz nettes Level zum Einsteigen. Aber ist eben noch gegen den übergeordneten Abwärtstrend auf dem Wochenchart. Und deswegen lassen wir das auch vorbeiziehen. Edison International hat überhaupt keine Richtung. Interessiert mich also auch nicht. American Airlines Reopening Play. Wir sind im Weekly aus der Wolke ausgebrochen. Sind oberhalb der Violetten. Die Blaue ist über dem Kurs. Görstrend ist grün. Das sieht also alles ganz nett aus. Und hier sind wir gerade dabei, nach einer längeren Korrektur eventuell auch eine Bodenbildung zu sehen. Der Görstrend ist noch negativ. Sollte aber mit einem Close über der Wolke dann auch deutlich in die Aufwärtsrichtung drehen. Würde ich aber auch wirklich gerne sehen, dass wir hier erstmal aus der Wolke kommen. Ich lege den auf die Liste. Und lege mir hier einen Alarm rein. Wenn wir aus der Wolke rauskommen. Und dann lasse ich mich benachrichtigen, wenn das hier rausgeht, schaue mir die Situation nochmal an. Eventuell baue ich hier in der American Airlines eine Long Position auf. Das möchte ich jetzt aber an dieser Situation hier noch nicht entscheiden. Ich würde davon ausgehen, dass wir auch dieses letzte Hoch bei 26 Dollar hier überschreiten. Ist allerdings ein hartes Level. Wenn wir uns das auf dem Wochenchart hier angucken. Ich vergrößere mal den Wochenchart. Nehme das hier mal kurz weg. Ja, also das sind so ganz typische Korrekturlevel, mit denen wir hier arbeiten können. Ganz, ganz typische Kursziele. Und zwar diese alten Tiefs hier. Diese alten Bereiche. Na, ich zeichne mal gerade die Sequenz ein, die hier gelaufen ist. Wir sind auf dem Weekly hier in dieser Sequenz abwärts unterwegs gewesen. Wirklich schön. Ja, hier konnte man jede Korrektur mehr oder weniger gut verkaufen. Na, und das war es dann. Hier war dann das letzte Tief. Und dann sind wir hier in eine sehr, sehr lange, sehr ungünstige Phase eigentlich reingelaufen. Also das, was dann noch ganz nett war, wenn man sich auf dem Wochenchart hier die Closing-Kurse anguckt. Ja, hier dieses Breakout-Level. Das hier. Ja, diese starke Wochenkerze, die war ganz nett, weil die hat uns das erste Mal nachhaltig über dieses Dreieck aus dem Wochenchart hier gebracht. Ist an diesem Bereich herangelaufen. Das ist ganz okay. Ja, das Level ist nicht schlecht. Auch dieses Korrekturlevel hier ist nicht so schlecht. Wir haben hier so etwas wie so ein kleines Doppeltief drin im Markt an der Stelle. Das gefällt mir auf dem Wochenchart auch ganz gut. Nur das, was ich jetzt zeigen wollte, dieses erste Kursziel hier, was wir angelaufen sind. Dieses hier. Ja, dass wir hier stark abverkauft haben und erst mal hier abgewiesen worden sind. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, weil das ist ein ganz wichtiges Level. Wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal dieses Level von oben getestet, bevor der Markt da durchgegangen ist. Und so, wie der da durchgegangen ist, mit dieser Dynamik, ist ziemlich klar, wenn wir da hinlaufen, dass wir da auch erst mal wieder abgewiesen werden. Das ist also nicht ungewöhnlich. Das ist etwas, was man hier erwarten sollte. Und dementsprechend, wenn wir uns jetzt die laufende Aufwärtssequenz anschauen und gehen hier mal rein, dann sieht das Ganze, naja, wenn wir den kleinen Swing hier noch mit reinnehmen, sieht das Ganze so aus. Und jetzt sind wir in einer A, B, C Korrektur und haben aber eine gute Chance, wieder die alte übergeordnete Trendrichtung hier aus dem Weekly wieder aufzunehmen. Und deswegen wäre ich bereit, hier in diesem Bereich auf dem Tageschart eine recht aggressive Longposition zu fahren. Ja, das ist recht aggressiv. Aber das, was wir hier sehen würden, von dem Tief kommt, wäre im Prinzip so was. Jetzt haben wir hier ein kleines Retracement gesehen ans Ausbruchslevel. Gefällt mir auch gut. Das kann ruhig noch ein, zwei Tage seitwärts gehen. Ja, und dann würde ich gerne diesen Break nach oben sehen und den dann auch entsprechend umsetzen. Für das CAV würde das bedeuten, ja, wenn wir irgendwo hier in diesem Bereich kaufen und den Stopp dann hier unten drunter packen, dann hätten wir hier bis zum ersten Zielbereich so um 25,80, 25,90 hätten wir hier schon so ein 1,7, 1,8 zu 1 ungefähr. Das finde ich total in Ordnung. Und die würde ich eventuell sogar staffeln wollen, die Position, das heißt dann einen Rest laufen lassen. Ja, die Hälfte hier mitnehmen und die andere Hälfte nach Möglichkeit laufen lassen. Weil wenn wir die Möglichkeit kriegen, ja, in so einem Recovery tatsächlich wieder mal irgendwie in Richtung hier des 40er Levels oder so zu laufen, ja, dann kann man da richtig viel drauf mitnehmen. Und das kann eine ganz entspannte Geschichte werden, wenn man dann im Prinzip einfach an den großen Swings die Stops hinterher zieht und weiter nichts zu tun hat. Ja, also das gefällt mir ganz gut. Dementsprechend haben wir den auf die Liste gelegt und hier auch einen Alarm reingepackt. Was haben wir hier noch auf der Long-Seite? Ebay sehr, sehr stark, ja, seit den Earnings hier sehr stark unterwegs. Gefällt mir auf dem Wochenchart gut das Bild, weil wir hier eine ziemlich klare Begrenzung zur Oberseite haben. Ich zeige es mal kurz. Ja, hier oben liegt die obere Begrenzung und hier kommen wir wie in so ein Dreieck rein. Also die Tiefs, die sich hier ausgebildet haben, ja, die Tiefs, die kommen auf immer höherem Niveau. Hier würde ich jetzt eigentlich gerne sehen, dass wir uns nochmal hier ran bewegen, vielleicht wieder runterkommen, wieder ein höheres Tief ausmachen und dann nach oben ausbrechen. Das wäre für die langfristige Orientierung ganz schön. Den Einstieg hier auf den Tageschart, ja, der ist nicht in Frage gekommen. Den hätte ich auch nicht gekauft, wenn wir hier heute ganz früh schon diesen Breakout gesehen hätten. Einfach aus dem Grund, dass hier ein Widerstand liegt. Ja, da ist die Aktie jetzt einfach durchgekracht. Das weiß man aber eben vorher nicht. Dementsprechend hätte ich hier unten keine Long-Position mehr aufgebaut. Ja, das wäre mir einfach zu spät gewesen, hier an der Stelle eine Long-Position aufzubauen. Hier hätte auch das Chance-Risiko-Verhältnis nicht gepasst mit dem Stop hier unten drunter und dem Ziel hier beim Gap-Close. Das hätte auch nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier noch einen Gap zu diesem Schlusskurs, was hier offen ist, ein kleines Gap. Das könnte jetzt der Kurs sein, der angelaufen wird. Dann könnte es vielleicht zu einer Korrektur kommen. Sieht aber auf dem Tageschart alles nicht so sexy aus, dass ich da unbedingt mit dabei sein muss. Ja, dementsprechend die Situation an sich gefällt mir ganz gut, aber auf dem Tageschart gefällt mir einfach der Kursverlauf nicht. Was haben wir noch? Xerox mit dem Kumo Breakout Long kommt für mich jetzt hier auch nicht in Frage. Sieht ganz nett aus. Ja, ist ein Dreieck. Vielleicht kommen wir hier aus dem Dreieck raus. Aber das, was mich hier stört, ist auch ganz schnell gezeigt in dieses Level hier. Genau das, was wir uns gerade angeschaut haben. Hier das alte Tief aus 2019. Ganz, ganz wichtiger Tiefbereich. Wir sind hier brutal gestiegen von da an. Haben hier deutlich zugelegt. 50 Prozent ungefähr hat die Aktie hier gemacht. Ist dann ziemlich heftig hier durchgekracht. Und jetzt sehen wir schon, was passiert, wenn wir dann in der Aufwärtssequenz an dieses Level wieder ranlaufen. Wir sind an das Level ran gelaufen, sind abgewiesen worden und laufen seitdem hier mehrere Wochen seitwärts bis leicht abwärts. Ist für mich nicht interessant zu kaufen. Ja, möchte ich gar nicht sehen, sowas. Packer hatten wir uns schon angeschaut. K&B ist gar nichts. Ja, ist hier abwärts gerichtet. Hat hier einen Widerstandsbereich. Interessiert mich nicht. Regeneron hatten wir uns auch schon angeschaut, glaube ich. Haben gesagt, hätten wir gerne gekauft. Warum sind wir denn jetzt eigentlich wieder hier oben? Die haben wir doch schon alle durch. Wir merken Airlines, eBay. Walt Disney ist das nächste. Walt Disney gefällt mir gut, weil ich es fundamental einfach mag. Ja, wo wir hier allerdings aufpassen müssen, ist Walt Disney liefert am 13. Mai Zahlen. Ja, das wäre hier. Hier auf dem Tageschart am 13. Mai kommen hier Zahlen. Also wir fangen mal kurz an mit dem Wochenchart. Ja, gefällt mir gut. Wir sind in einer sauberen Aufwärtssequenz. Wirklich ganz toll. Wir sind hier in so einen Keil reingelaufen jetzt. Den zeige ich mal gerade. Na nun. Das wollte ich. Ja, hier ist dieser Keil im Prinzip, in dem wir uns befinden. Oder ein Dreieck oder wie auch immer man das hier nennen möchte. Ist am Ende egal. Es ist eine Konsolidierung über die Zeit. Ich rechne hier jetzt auch nicht damit, dass wir einen dynamischen Ausbruch kriegen, noch bevor die Zahlen kommen. Auch wenn die sicherlich gut werden werden. Aber wir haben das ja in der letzten Zeit öfter gesehen, dass auch gute Zahlen einfach abverkauft werden. Ja, sei es Microsoft, sei es Amazon, sei es heute The Trade Desk hervorragende Zahlen gebracht. Also wirklich gut. Earnings deutlich über den Erwartungen. Umsatz leicht über den Erwartungen. Guidance am oberen Ende. Und trotzdem ist die Aktie um 10, 11 Prozent, glaube ich, direkt abverkauft worden. Und ja, deswegen möchte ich mich hier vor den Earnings nicht positionieren. Aber auf dem Daily, wenn wir uns das anschauen, ja, das Signal, was wir hier gekriegt haben heute, ist der Ausbruch über diese violette Linie. Und das ist das Einstiegssignal von heute. Wir sehen auch, dass die blaue noch nicht über dem Kurs ist. Das dürfte auch schwierig werden, ja, weil wir hier 26 Wochen, 26 Kerzen ja das Ganze zurücksetzen. Das heißt, wir können uns hier schon anschauen, wie das für die nächste Zeit laufen wird. Und das wird erstmal weiter seitwärts laufen, die blaue, genau wie der Kurs hier im Moment ist. Also wir müssten über 191 gehen, damit die blaue, wenn sie hier 26 Wochen zurückversetzt ist, dann oberhalb dieser Range steht. Das können wir also jetzt schon sagen, wenn wir über 192 gehen oder hier, wenn es noch ein paar Tage dauert, über 190 gehen, dann läuft die blaue Linie über den Kurs. Okay, das ist aber noch nicht so weit. Das ist aber meistens das letzte Signal, was wir kriegen am Markt. Insgesamt gefällt mir diese Bodenbildung hier ganz gut. Ja, wir haben die Tiefs, die hier nicht mehr viel deutlicher weiter nach unten gekommen sind und jetzt auch schon wieder leicht ansteigen. Das ist hier wie so ein Doppeltief, also ein Ausbruch über dieses Hoch hier. Das wäre eine Bestätigung für dieses kleine Doppeltief. Und der Ausbruch über dieses Hoch, der würde hier auch parallel laufen mit dem Ausbruch aus der Wolke. Gefällt mir auch gut. Und wenn es dann sich weiter nach oben entwickelt, dann kriegen wir auch hier unten im Gerschtrend sicherlich die ersten grünen Kerzen wieder. Das heißt, ich mache das hier jetzt genau wie bei der CMI. Bei der CMI haben wir eine Order reingelegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwo lassen wir uns informieren. Das mache ich hier genauso. Ich hinterlege hier einen Preisalarm und fertig. Ja, weil hier gefällt mir auch das Chance-Risiko-Verhältnis gut. Wenn wir irgendwo in diesem Bereich hier einsteigen und haben unseren Stop hier unten, dann liegen wir hier bis zum alten Hoch, so bei 203. Und wenn die Zahlen gut kommen, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell hier wieder deutlich über 200 Dollar. Und dann haben wir doch ein bisschen was, was wir hier mitnehmen können. Ja, die müssen wir eben immer sehen. Denn Disney ist gut aufgestellt gewesen für die Krise. Wenn wir schauen, seit März hat sich hervorragend hier entwickelt. Ich gehe mal mit dem Ruler kurz ran. Wir haben seit dem Corona-Tief bis zum letzten Hoch hier 160 Prozent in der Aktie gemacht. Das ist ordentlich. Ist auch eine klare Outperformance gegenüber den Indizes. Und das Ganze eben wohlgemerkt, obwohl über die meiste Zeit in dieser Aufwärtsbewegung die ganzen Disney-Vermüdungszentren noch geschlossen waren. Ja, und die machen jetzt so nach und nach auch wieder auf. Die sind halt erst mal nur, zum Beispiel Disneyland Florida, darf nur besucht werden von Gästen, die auch in Florida Residents sind. Die dürfen also nicht aus anderen Bundesstaaten dahin kommen. Und es darf auch, glaube ich, nur 40 Prozent Auslastung sein oder so. Aber das geht langsam wieder los. Und für die gesamte Pandemiezeit war Disney gut aufgestellt mit Disney+. Ja, haben sehr, sehr starkes Wachstum, starkes User-Wachstum für Disney+. Und ich gehe davon aus, dass das auch jetzt in den Earnings wieder gut dasteht. Wir haben immer noch den gesamten Bereich Merchandising-Artikel, die sich gut verkaufen, eben auch über die Online-Stores. Und jetzt kommt im Zuge des Reopening kommen eben die ganzen Disney-Worlds wieder mit dazu, die eröffnen. Und das sollte auch nochmal wieder einen Umsatzschub bringen. Und von daher ist Disney ein Wert, den ich schon gerne mit auf der Long-Seite hätte. Ich nehme den also mit auf die Long-Liste. Und dann schauen wir nochmal, was da geht. So, Cabot Oil & Gas, überhaupt keine Chance zu kaufen. Ja, ist unter der Wolke, ist deutlich unterhalb dieser letzten Seitwärts-Range. Auf dem Weekly, klar abwärts gerichtet. Das ist nichts, was ich gerne kaufen möchte. Clorox genauso wenig. Clorox hat hier den Run gehabt in der ersten Zeit der Corona-Pandemie. Desinfektionsmittel und so ein Kram ist, glaube ich, auch nicht mehr so das, was im Moment gerade gehypt ist. Sieht man ja auch, Abwärtstrend ist intakt. Das ist nichts, was ich kaufen möchte. Okay, dann haben wir hier noch eine Handvoll Signale. 3M auf der Long-Seite, sehr, sehr schön. Ja, wirklich schön, aber Breakout ist schon gelaufen. Hätte ich gerne genommen in dem Bereich hier 203 mit einem Stopp hier unten bei der 196 unter diesem Tief. Weil wir eben ein Ziel haben, was hier weit weg liegt. Ja, das nächste Ziel, das liegt hier bei 217, 218 Dollar. Das wäre ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis gewesen. Aber die ist uns definitiv weggelaufen heute. Die hätte ich aber gerne hier fürs Depot drin gehabt. Procter & Gamble macht hier am Ausbruch rum, gefällt mir prinzipiell ganz gut die Bewegung. Hätte ich aber auch gerne schon den ersten Ausbruch hier gehandelt. Diesen. Ja, warum? Einfach wegen dem Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben hier einen Widerstandsbereich. Da werden wir auch heute gerade erst mal abgewiesen. Das ist ein Verkaufsbereich hier. Den kann ich mal markieren. Ja, das ist der Verkaufsbereich. Sehen wir, da sind wir reingekommen. Werden direkt abgewiesen. Und der nächste Verkaufsbereich, der liegt hier schon knapp oben drüber. In diesem Bereich hier so ungefähr da. Und da ist halt jetzt einfach nicht mehr so viel Luft. Deswegen hätte ich den gerne hier unten gekauft. Fällt also auch aus. Gefällt mir aber prinzipiell vom Chart her gut. Sieht auf dem Wochen-Chart gut aus. Sieht auf dem Tages-Chart gut aus. Könnte bis 145, 146 Dollar wieder hier rauflaufen. Broadcom haben wir ein Short-Setup. Kommt für mich nicht in Frage. Ist auf dem Weekly hier noch ganz klar bullish. Wir haben hier ein wichtiges Support-Level. Ganz wichtig. Können wir auch einzeichnen auf dem Tages-Chart. Aber ist dieses Level hier ganz, ganz wichtig. Passt auch gar nicht vom Chance-Risiko. Ist also nichts, was hier in Frage kommt. Und AMD, puh, super schwach. Ja, wirklich super schwach. Ich mag die Aktie fundamental sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich Schwierigkeiten hier zu shorten. Und möchte hier auch nicht shorten. Aber hier ist der Short-Bereich oder der richtige Punkt zum Shorten ist relativ einfach zu finden. Nämlich unter diesen Triple Lows hier. Wir haben hier drei wichtige Tiefs im Markt. Und das, was die Aktie hier gerade ausbildet, wenn wir mal auf den Tages-Chart gucken und ein bisschen geschult sind Richtung Formationen. Ja, da kriegen wir hier so eine schöne, wie eine SKS, die hier gerade entsteht, würde bedeuten, sehen wir einen Ausbruch nach unten. Dann hätten wir das hier ungefähr als Kursziel an diesen Ausbruch nach unten drangelegt. Und dann kommen wir ungefähr hier in diesen Zielbereich um 54 Dollar. Ich kann es mir fundamental, wie gesagt, kaum vorstellen, dass AMD da hinläuft. Und deswegen würde mir das auch extrem schwer fallen, hier eine Short-Position aufzubauen. Möchte ich auch schlicht und ergreifend nicht, obwohl im Prinzip alles passt. Der Trendindikator auf dem Wochen-Chart ist short. Der Trendindikator auf dem Tages-Chart ist short. Wir sind im Daily hier unter der Wolke. Wir sind unter den beiden Linien. Die blaue ist kurz davor, unter den Kurs zu fallen. Also das sieht alles andere als positiv aus. Ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Bin ich für AMD fundamental long eingestellt? So, die letzten Long-Setups schauen wir uns hier noch kurz an. Da haben wir hier Southwest Airlines. Das ist eigentlich die Airline, die mir so am besten gefällt von allen US-Airlines. Auch fundamental finde ich die ziemlich klasse. Da sind wir hier gerade in einem Bereich, mal aus einem Dreieck eventuell auszubrechen. Ja, hier haben wir so ein ganz schönes Dreieck, was sich hier ausgebildet hat. Wenn wir auf dem Wochen-Chart schauen, dann sehen wir auch, dass wir hier schon Richtung Allzeithoch unterwegs sind. Und hier kommen natürlich jetzt nochmal dicke Widerstände. Bei 64, 66 Dollar. Dicke Widerstände ist auch schon sehr, sehr weit gelaufen für eine der Fluggesellschaften, die ja wirklich gebeutelt sind hier über die Corona-Zeit. Könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie hier eine ganze Weile braucht, um durch diesen Bereich durchzugehen. Und deswegen möchte ich sie nicht unbedingt kaufen zu diesem Level. Ja, das wäre was, die hätte ich gerne hier unten gekauft in dem Bereich um 50 Dollar. Jetzt finde ich es schon fast ein bisschen weit gelaufen. Aber fundamental gefällt die mir gut. Was haben wir noch? Walgreens gefällt mir. Vom Verlauf her auch gut. Ja, Medizin-Supplier quasi. Ja, schöner Trend. Sehr, sehr sauber. Aber Breakout-Level hier und hier auch schon gelaufen. Und das Breakout-Level hier oben kommt für mich nicht in Frage. Ist mir der Stopp zu groß mit 10 Prozent. Wenn wir hier auf dem Weekly gehen, dann sehen wir, hier wartet der große Verkaufsbereich. Hier an diesem Level. Und wenn wir jetzt hier einsteigen wollen, würden mit einem 5 Dollar Stopp, ja, und hätten direkt hier schon das erste Ziel, macht keinen Sinn. Also, sieht nett aus, passt aber leider nicht vom Setup. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen, dass auch solche Geschichten nicht unbedingt immer ratsam sind. Dollar Tree ja, hängt hier am Allzeithoch. Wir sehen es hier unten auf dem Wochenchart. Das ist dieses Allzeithoch hier aus Ende 2019. Da hängt der Kurs jetzt, hat auf dem Wochenchart hier eine schöne Bullflag gebildet. Ja, und ist gerade dabei, aus der Bullflag rauszugehen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Aber die Ziele sind halt auch schon wieder ganz, ganz dicht hier dran. Und deswegen warten wir mal, ob wir hier über dieses Zwischenhoch drüber kommen. Da lasse ich mich auch einfach mal benachrichtigen hier, ob wir über dieses Zwischenhoch kommen. Was haben wir noch? Conagra Food ja, gefällt mir auch nicht so gut. Ja, überwiegend seitwärts hier. Auch auf dem Weekly hier alles seitwärts. Da wollen wir auch nicht unbedingt kaufen. Church & Dwight gefällt mir schon deutlich besser. Ja, da sind wir auf dem, da legen wir noch eine Order rein. Ja, da sind wir auf dem Wochenchart hier in diesen Abwärtstrend gegangen. Ja, und machen jetzt im Prinzip ist nicht schön, aber ganz grob hier S, K, S. Ja, ist wirklich nicht schön, weil der zeitliche Horizont hier und hier nicht gleich ist. Ja, sondern die rechte Schulter ist viel, viel kürzer vom Zeitrahmen her als die linke. Das ist nicht ideal. Aber die Level passen ganz gut. Das passt auch gut hier im Verhältnis. Wir können hier im Prinzip, jetzt sowas erkennen wie, ja, so eine kleine Tasse Henkel-Formation. Gefällt mir alles gut. Schauen wir mal kurz, wo die nächsten Widerstandslevel liegen. Wo sind wir hier? 92,50. Ja, hier oben. 93,50. 92,50. 93,50. Auf dem Daily, da liegen die sogar höher. Ja, also auf dem Tageschart gucken wir uns das Ganze noch mal an. Da liegen wir eigentlich erst hier oben mit dem größeren Widerstandsbereich. über diesen hier würden wir dann schon drüber laufen. Bei 90,24. Trading Setup wäre 90,25 oder 90,30. Die Long-Seite nehmen mit einem Stop. Ja, 97,30 ungefähr. Da haben wir ein 3 Dollar Stop. Haben hier ein 1,5 zu 1 bis zum Kursziel 95. Und könnten hier, na, so 100, 120 Aktien könnten wir hier schon traden. Das machen wir einfach noch. Also Kauf Stop. 120. Und mit dem Stop hier am letzten Tief. Verbinden das Ganze wieder. Ja, und haben dann hier oben bei 95 würde ich auch tatsächlich direkt rausgehen wollen. Verkauf Limit 120. Okay. Gut. Ich denke, das soll es gewesen sein. Die packen wir jetzt hier auch noch auf die Long-Liste. Die CME packen wir noch auf die Long-Liste. Und dann sollten wir hier unsere Long-Liste fertig haben. Da haben wir jetzt neu drauf die Box. Die wollten wir beobachten. Da können wir keinen Einstieg nehmen. Die gefällt mir vom Setup aber gut. Die American Airlines, da lassen wir uns benachrichtigen, wenn die oben rausgeht. Die Walt Disney, da lassen wir uns benachrichtigen. Church & Dwight haben wir eine neue Order. CME haben wir eine neue Order drin. Und die Micron, die haben wir auf der Short-Seite. Die packen wir hier in die Short-Liste. Ja, und dann haben wir hier unsere Short-Position in der Micron. Okay, das ist das, womit wir in den nächsten Monat gehen. Und dann schauen wir beim nächsten Monat, wie sich das entwickelt hat. Oh, Peter hat geschrieben, Trade-Desk schon minus 21 Prozent. Ja, brutal. Der Wahnsinn. Verstehe ich auch nicht so wirklich. Aber gut, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Alles klar. Ja, das wäre es im Prinzip hier für heute von meiner Seite gewesen. Ach, da steht noch die Alt-Adresse. Ah, whatever. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Freue mich, dass alle, fast alle bis zum Schluss dabei waren. Und wünschen erfolgreiches Trading und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Super, vielen, vielen Dank, Martin. Sehr viel Input heute. Wir versuchen, die Aufzeichnung so schnell wie möglich online zu stellen, sodass Sie das nacharbeiten können. Ja, nochmal vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Natürlich wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie heute dabei waren. Und würde mich freuen, wenn Sie dann am 14. Juni wieder dabei sind. Also, bis dahin, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Passen Sie auf Ihre Trades auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.